Leute, was geht? Ich habe noch nie in meinem Leben auf ein Video von Chris Robb reagiert. Ich habe nur sein Essen probiert. Sein Marketing-Team oder der Agentur hat mich mal angeschrieben, ob ich für seine Chips Werbung machen möchte. Da habe ich gefragt, wie viel zahlt ihr? Habe ich keine Antwort mehr bekommen? Aber ja, er hat ein neues Video geklärt. Das heißt... Digga, was? Er hat 2 Millionen Abonnenten. Warum ich mir das Video reinziehe? Weil es sehr interessant wirkt. Ich erfülle meinen Traum. Tuning-Treff in Japan. Also ich möchte ja auch unbedingt nach Japan. Zuschauer in 3, 2, 1 auf Twitch oder auch in den News-Kommentaren gehen mit ABK nach Japan. Habt ihr mich gefilgt? Das wird wahrscheinlich im nächsten Jahrhundert nicht passieren. Aber das wird geil, Digga. Tokio Drift. I love it. I love it. Los geht's. Mein lieblingsste Fast and the Furious-Teil ist für immer Tokio Drift. Meins auch, Rob, Alter. Gib mal Placement jetzt für deine Chips. Und wir befinden uns gerade... Ich habe heute sogar noch eine Story gepostet. Lauf so einfach. In Tokio. Und wollen die originale, echte Tokio Drift Experience. Geil. Geiler Scheiß, Bruder. Und es gibt eine Tour, die man buchen kann, in der man das auf jeden Fall zu irgendeiner Art und Weise erleben kann. Alter, wie cool. Alla, krass. Dann ist das auf jeden Fall mein Ziel. Wenn ich in Japan will, will ich genau so einen Vlog machen. Dann sind wir hier gerade in Tokio, in Akihabara. Genau. Und werden hier gleich abgeholt und werden hoffentlich die Tokio Drift Experience unseres Lebens haben. Geil, Mann. Es wird richtig geil. Hoffentlich. Da sind die auch... Hat auch ein bisschen Korea-Vibes. Schon von Weitem gehört. So, dann können wir doch. Kriegt ihr auch. Peitsch mich auf einem Nürnabonnett noch auf Hauptgenau und dann kann man gucken, was wir machen. Man hört den Motor. Hallo. Hi. Sandra. Hi, Rob. Freut mich. Hi, Sandra. Was geht? Die Sandra ist heute unser Tour-Guide. Ey, wir sind super aufgeregt. Das ist ein kleiner Traum. Auch von Ger, Mann. Ich kann es kaum erwarten. Leute tragen immer noch Masken. Ja, in Japan immer. Weil in der Umweltverschmutzung. Du musst gerade wieder von deinen Autos entfernt und irgendwie ist so... Oh, wann geht es endlich los? Neue Autos ist noch gar nicht da. Ihr habt es noch gar nicht gesehen. Ey, ich lasse mich überraschen. Let's go. Das gehört zu meinen Traumautos. Ein Nissan Skyline. Heftig. Krass. Ich habe gehofft, dass wir heute noch einen R34 sehen und jetzt kommen einfach zwei nach hier. Das hat doch Paul Walker gefahren, oder? Ja. Ja. Also an die Autoliebhaber, ich glaube, das ist eine gute Folge für euch. Für sowas interessiere ich mich auch, ich sage dir ehrlich. Okay, es geht los von unser... Eigentlich müssen wir mal so einen Zuschauertreffen machen, jetzt mal ohne Spaß. Und alle bringen ihre Karre mit, so. So, ich komme mit dem R8 und ihr alle bringt auch eure geilen Autos oder von euren Cousins oder so. Und dann chillen wir da alle. Ara ist da. Hi Rob, nice to meet you. Okay. In dem fahren wir also mit? Nice. Ah, und guck mal, hier sind die Lenkrate rechts. Also den Motor hört man auf jeden Fall. Boah, feiere ich. Vor allem nachts wird es noch geiler. Stellt euch mal mich mit meiner Truppe in Japan vor mit unseren Dings 90-Kamera. Bruder, wir drehen einen neuen Tokio-Drift-Teil, was denn? Ey, verdammt, Digga, ich fühle mich jetzt schon wie ein Tokio-Drift, ne? Das ist unglaublich, Freunde. Geiles Video, also das hat einen super Vibe, gefällt mir bis jetzt. Das ist einfach unglaublich. Das Auto hat so viel Power und diese Sounds, wow. Ey, Freunde, schaut euch einfach dieses Bild an. Wir düsen hier gerade mit 120 kmh durch Tokio. Das ist so heftig. Es muss nachts sein, ja, es kommt wahrscheinlich noch. Geiler Beat auch. Ey, ich hab geschwitzige Hände. Nächste Kollision in Tokio, das wär schon krass. Komm, ist unglaublich. Das Problem ist Jones und so, wird niemals nach Tokio fliegen. Flugfreunde. Ja, Flugangst, leider. Wow, wow, wow. Die tun ja auch alle ihre Autos da selber und so, ne? Ey, wir sind da. Voll geil, Alter. Schön in einem Parkhaus. Geil, geil. Tut mir leid, vielleicht schreit ich das im Nachhinein raus. Geil, oder? Boah, heftig, Mann. Ey, das hat so Bock gemacht, wirklich. Wenn wir uns gesammelt haben, fahren wir halt alle wirklich als Team rüber. Okay. Und das ist halt das Coole. Und das macht dann richtig Spaß. Guck mal, voll viele Deutsche einfach. Junge, ich will Japaner sehen. Okay, ich kann's kaum erwarten. Das war unglaublich. Dieses Auto hat so viel Power. Wow. Hier treffen wir uns jetzt quasi alle und hier soll noch ein Shop sein. Ja, schauen wir uns einfach die ganzen Autos an. Und nachher geht's noch zu einem Tuning-Treffen. Unser Fahrer fährt richtig gut Auto und ich hatte mich schon gefragt, so, liegt das daran, dass der einfach so als Hobby gerne Auto fährt, aber nein, er ist einfach Geldtransportfahrer. Geldtransportfahrer. Und abends mal. Der hat auch so ein reiches Lächeln, ne? Dieses reiche Lachen. Meine Chips sind gelistet. Ich lade alle nach Japan ein. Sie kennen Fati-Terem, Alter. Stell mir das vor wie bei dem Film Transporter. Ja, wirklich, wirklich. Wirklich, ne? Hier mal ein paar Chipsets. Dieses Geräusch, ne? Wenn die Luft rausgelassen wird, so geil. Na, er ist sympathisch. Er sagt ehrlich, dass One Piece existiert. Ich gucke zum ersten Mal ein Video von ihm und ich finde es gut. Ich will kein Chips sponsern, ich will Geld dafür, dass ich für die Chips werbe. Es ist einfach verrückt. Einfach verrückt. Wir sind da. Alle Leute filmen schon. Geil! Boah, das ist geil, Bruder. Geil. Ich freue mich. Wir sind da, Daikoku Parking Area. Hier ist jetzt quasi das Tuning-Treffen. Alle Leute aus Tokio treffen sich hier. Und man kommt hierhin auch nur mit dem Auto. Das heißt, man kann nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hierhin fahren und auch nicht zu Fuß kommen, weil man müsste sich sonst von da oben abseilen. Dementsprechend, ja, müsst ihr euch ein Auto leihen oder bei irgendjemandem mitfahren. Mit dem Taxi kommst du hierhin, aber du kommst nicht mehr zurück. So wurde es mir erklärt. Okay, dann schauen wir uns mal die Autos an. Let's go! Let's go! Wo bleibt die Fasten-Freeze-Musik, Alter? Ey, Germann! Einfach, Audi. Alter, kauf doch mal ein A5, Bruder. Dein Auto ist hier. Mein Auto ist auch hier. Ich bin so reich. Wow, irgendwann, irgendwann wirst du meins sein. Die haben auch diese Kennzeichen-Flex, glaube ich, ne? Guck mal hier, 34, so ein Scheiß. Ah, ich liebe den Nissan Skyline. Wirklich. Hier mit offener Motorhaube. Ei, 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 ei. Wow. Was für ein schönes Auto. Hast du viel in Dresche für Tokio? Lol. Wann hast du vorhin ein Auto zu tunen? Nö. Ich guck mir sowas gerne an. Ich selber würde es nicht machen. Hier. Und dann ist immer einer, der Musik macht, Bruder. Wie geil. Lashmusik. Mach was anderes an. Es ist so verdammt cool hier. So ein cooler Vibe. Achso, ist die Version des Nissans. Okay. Leute tauschen sich aus, quatschen über Autos. Ach, es ist wirklich schön, diese Leidenschaft dieser Menschen zu sehen. Mach mich richtig glücklich, andere Leute glücklich zu sehen. Ja, dann mach mich auch glücklich. Hau mal ein paar Chips rüber. Ja, schön. Und wir haben gleich noch eine kleine Tour mit Sabrinas Auto. Bin ich auch gespannt. Sie hat einen GTR 35 Nissan. Heute lernen ich... Digga, die leben dort einfach super Deutsche. Krass, ne? Nicht viel dazu, super geiles Auto. Also das ist sogar... Die leben den Chips. Guck mal hier. Die lebt einfach, sie hat ein dickes Auto, rote Haare. Sie will so in Tokio die Bekannte sein, mäßig, mäßig. Das allererste Liberty Walk Auto, was die je gemacht haben. Ganz genau. Damit hat... Oh ja, die ist aus Deutschland, ne? Eine absolute Ehre. Die hat Parapar bestimmt voll auf die ab. Die haben sich Gedanken gemacht, wie können sie irgendwie was auf den Markt bringen, was die Leute begeistert. Und das wurde dann eben dieser Breitbau. Und damit haben die angefangen. Also das ist ein ganz, ganz special Auto. Da haben die sich auch auf jeden Fall richtig Mühe gegeben. Die haben hier gelb poliert. Hier vorne ist so blau gespiegelt poliert. Auch dieses Bre... Das ist ja das Besondere an Liberty Walk. Diese Breite. Das sieht halt so mächtig aus. Wow. Ist das bei Liberty Walk, dass sie schneiden? Ja. Die schneiden die Hauptfarossa auch. Ja, du kaufst dir ein Auto und da kommt jemand mit der Fräse und fängt an, das Auto zu schneiden. Ja. Wie kommt man an so ein Auto? Man fängt direkt bei Liberty Walk an. Okay. Ja. Kannst du anfangen. Die machen ja nicht nur GTRs. Und kannst auch alles... Die haben zur Zeit einen RS7 zum Verkaufeln. Auch das Liberty Walk-Kit und dann ist der halt super breit. Was? Die fahren also auf breite Autos ab? Die sind in Deutschland illegal. Ja, ja. War klar. Ey, das war alles... Ja, wollte gerade auch sagen. Typ ist da nicht so streng anscheinend. Gerade ein Film. Wirklich. Das war Tokyo Drift in Real Life. Authentischer kann keine... Nein. Die Partys fehlen. Wo sind die tanzenden Frauen? Wo sind die Wettrennen? Experience sein. Ich bin so ein Typ. Ich fahr nicht schneller als 120 auf der Autobahn. Aber ich hab trotzdem Ultra-Spaß dran. Ajoa! Was ist denn los? Hahahaha! Ha! Ha! Ich glaub, das war ein schnellerer Start als auf jeder Achterbahnhof, der ich hier war. Ich hab Chips und bin reich. Boah, wie krass! Also als Video zu sehen ist schon cool. Ich selber bin auch kein Raser mehr. Schon lange, lange nicht. Ich mach das auch besser so. Junge! Ich kann teilweise nicht hingucken, so schnell ist das. Junge! Es ist einfach unglaublich, wirklich, Freunde. Danke für diese authentische Erfahrung. Krass. Es ist ein Traum. Absolute Empfehlung, Freunde. Schaut... Ist das nicht illegal dort? Ja, wie in dem Film. Aber wenn du schneller als die Bullen bist, passt das. Ich pack's euch in die Infobox, wirklich. Mein Herz am Rasen, aber ich bin so glücklich. Voll Adrenalin. Was will man mehr? In einer wunderschönen Tokio-Nacht. Oh, ja. Ja! Der muss auch sein. Der muss sein. Hohohohohohohohoho! Geil! Ja! Jünge! Wahler, krass! Ich schー, ich hab' Centers aufbekommen. Wahler, krass! Das waren die coolsten 20 Minuten meines Lebens. Und wie glücklich bist du, Germo? Junge, 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 Alter. Digga, ich war nicht mal dabei und hab einfach Adrenalin verspült, man. Verspült, verspürt. 10 von 10. Es ist erstaunlich viel Platz in so einem GT-R, das hätt ich niemals gedacht. Du sitzt wie ein junger König da hinten. Du wirst von allen Seiten festgehalten. Michi hat manchmal meine Hand festgehalten, weil ich schon voll gelohnt bin. Jan, los, buch die Tickets. Nein, noch nicht jetzt. Ich hab noch viel Arbeit von mir dieses Jahr. Danach vielleicht. Aber es war die Experience. Danke, Sandra. Es war gerne, Gott. Jederzeit wieder gerne. Die ist cool, Bruder. Wallah, durch sie haben wir Content bekommen. Schade, das hätte von mir aus noch so 10 Minuten weitergehen können. Okay, die Sirene bedeutet, dass es vorbei ist. Das Tuning-Treffen wird quasi beendet. Und jetzt fahren alle weg. Ey, es war unglaublich. Boah. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen von diesem wunderschönen Tag und Treffen. Das war meine Tokio-Drift-Erfahrung. Es war wirklich cool. Also Chris-Robbie-Robson, starkes Video, Digga. Dankeschön für den Upload. Wenn ihr wollt, was noch weitere, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber was auch immer, lasst mich wissen, lasst einen Daumen hoch da. Aber wirklich, es ist sehr, sehr freundlich. Wir sehen uns morgen um 1.20 Uhr wieder. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.